Happy Birthday to you. Herzlich Glückwunsch an alle die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei RattleGamble. Ich spiele heute mal wieder Mech Arena und ich werde Wettbewerb spielen FFA. Viel Spaß. Okay, die erste Runde geht los. Ich würde sagen, ich mache wieder drei Runden immer, weil die Runden sind immer so schnell vorbei. Wo habe ich denn den genommen? Ach. Boom! Ha 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 ha! Input in fire! Kreml avanisch! Nein, nicht. Ach Mensch, die jagen mich immer, so eine Schweinerei. Dann probiere ich mal zu jagen, schauen wer der bessere Jäger ist. Ah nein, da ist ja einer. Scheiße! Hat er mich erwischt, die Sau? Mist, Mist, Mist. Zu wenig Schusskraft. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, trotzdem, erster Platz. Also immer den Ansturm am besten natürlich Killshot. Der ist besser wie Slimshot. Aber dann die Schrottwinte dazu ist richtig heftig bei FFA. Gut, dann sage ich mal, bis gleich in der zweiten Runde. Ich habe noch 472 Punkte. Bald komme ich in der Liga 7. Äh, 7 bin ich ja jetzt schon. 6-3. Schön. Dann bis gleich. Okay, und die nächste Runde geht los. Ich nehme wieder den Raketen-Heini zuerst. Ach, genau da ist einer neben mir. Warum auf mich? Ah, zu wenig Schaden. Ich habe ein Schild gehabt. Ach. Nee, 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 nee. Es kann doch nicht wahr sein. Das war ein kurzes Intermitteln, ne? Gehe. Was? Wirklich. 5,4,2,1 Wirklich. Ach Mensch! Bleib doch still, wenn ich auf dich schieße. Naja, der ist so schnell, der Kleine. Ich hab gar keine Munition mehr. Ich schieße daneben! Ach, ne, 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 ne. Also die Runde ist ja mal Katastrophe hier. Ja, vielleicht kann ich noch etwas reißen, aber... Zack, schnell rüberspringen. Ah, falscher Knopf. Oh, zweiter Platz, aber alle mit acht Abschüssen. Pass auf, der vierte hat auch acht Abschüsse. Und der kommt nicht rein wegen dem Alphabet. Ist bestimmt so. Da würde ich mich kaputt lachen. Ah, ne, der hat nur sie. Wäre doch nicht witzig gewesen, wenn er acht hätte und käme nicht da mit rein in unserer Gruppe, weil er mit Z oder so anfängt. Weil es geht ja immer nach einem Alphabet bei den Abschüssen. Ach ja. Egal. Komm. Nächste Runde. Let's go. Okay, und die nächste Runde, die Runde Nummer drei ist das jetzt... Ich nehme den wieder anfang. Oh, genau in der Mitte. Das ist schön. Wenn keiner zu mir rüberkommt, ist das schön. Dann kommt schon einer. Okay. Ach, ne. Nicht mein Kill gewesen. Da lebt der aber noch. Äh. Ich renne nicht in der Wand. Jetzt aber schnell wieder rein. Puh. Okay, der gehört mir. Los. Schneller, schneller. Super. Jetzt kommt von da einer. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh. Ghost. Nicey. Geicy. Okay. Oh. Ich bin immer noch nicht erster. Zwei. Eins. Okay. immer noch nicht erster. Mensch. Ah. War nicht mein Kill. Down. Ich bin down. Ich bin down. Okay. Okay. Das ist der Erste. Leute, ich habe euch gerettet. Der hat euch alle umgebracht. Ja. Jetzt bin ich der Erste. So soll es sein. Scheibenkleister. Ich dachte, das passt genau mit dem hinfahren und schießen, aber ich denke wieder zu viel. Oh. 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 Und ich bin nur Zweiter. Ich will nur Zweiter. Egal. Was schon. Oh. Zweiter und Dritter. beste spieler ach ja was soll ich jetzt noch sagen das war's für heute ab morgen gibt es wieder free fire und zwischen oder ab 18 uhr bis 22 uhr wieder live streaming mit free fire wer mitspielen möchte kann mitspielen deswegen sag ich mal dankeschön fürs zuschauen und viel spaß bis zum nächsten mal